Scheiße. Ah, so scheiße. Egal. Ich hab grad... Was hast du? Ich hab nur grad die Mitglieder gesehen. Ja, heute 2-2. Ja, wir machen das, Tom. Wir sind ein gutes Team. Auf geht's, Reto. Ich bin baked und so. Du zerstörst die Gegner. Ja, wir können's ja mal umdrehen. Geht ja auch. Warum? Warum dreht sich mittlerweile jeder um? Mann, das gibt's doch nicht! Höhle, glaub ich? Ne, Höhle. Flugzeug. Ja, ist der wieder zurückgerannt, oder? Ne, ne, der ist nach hinten, zum Ausgang eben. Okay. So, gegen wen spiel dich da nicht? Ah, gegen Ruppeln. Ja, nevermind. Okay. Da kannst du nicht gleich springen, oder? Ich weiß es nicht. Du aufs Flugzeug, Hank? Ja. Du kannst einfach runter droppen, da unten sind Matratzen. Ah ja, nevermind. Dann kriegst du keinen Fallschaden. kleiner Bunker. Großer Bunker. Der kommt, der andere wurde von hinten schon angerannt. Ja, gut, ich habe mich auf Tom geschossen, habe ihn zweimal angehettet, dachte mir, ja, okay, komm. Da habe ich gerade ganz kurz überlegt, ob ich aufs Fass schießen soll, und da hast du mich schon angeguckt, aber dachte ich mir so, oh, ich habe mir direkt gedacht, nee, da drehe ich mich nicht. Uh, da könnte eng werden. Mitte, es ist ja links lang gelaufen. Tunnel. Hölle. Jawoll, Reto. Wie hatte ich die nicht geflasht? Sehr schön, Tom. Richtig nice. Wie hatte ich die nicht geflasht? Die ist unter dir explodiert. Keine Ahnung, das habe ich öfters. Oh, das habe ich öfters. War mein Anti-Flash-Cheat. Keine Ahnung. Da haben wir auch schon mal eine Stun-Grenäte. Ja, das hatte ich auch schon mal. So ist es ja nicht. Ich meine, es ist ja auch nicht mehr so das neueste Spiel von daher. Ja. Mach doch nichts. Das macht doch nichts. Der eine ist im Tunnel, und der andere ist im kleinen Tunnel. Ja. Ich probiere gerade was zu machen. Willst du wirklich da hochklettern? Nein! Reto, bist du wirklich vom Geistes verlassen? Wieso? Alter, du kriegst von hinten eine reingebaut. Ey, erst mal zurückrennen. Ich wusste nicht wo. Ich dachte, ich hätte spawnen können. Du hast sogar noch die Schuss hinter dir vorbeifliegen gesehen. Ich dachte, der wäre verroren. Ich habe es nicht gecheckt. Du hast den Schuss links neben dir an Richtung Spawn fliegen gesehen. Okay, zu. Ich dachte, das kommt von sich. Oh. Die habe ich gefangen. Scheiße. Ja, der Einzelne war wahrscheinlich kleiner Bunker. Rennen zum großen Bunker. So in die Richtung war der Einzelne. Scheiße. Dann dachte ich mir noch so. Alles klar. Läufst du zwei Meter weiter vorne. Der war vorderes Flugzeugteil. Läufst du so zwei Meter weiter nach vorne. Dann kannst du ein bisschen weiter werfen. Da sehe ich nur noch das rote Piepding. Da war es leider schon zu spät. Reto, wollen wir A gehen? Wir gehen gerade nach B. Oder wollen wir B gehen? Der ist kleiner Bunker gewesen. Der ist kleiner Bunker gewesen. Der ist kleiner Bunker gewesen. Ich glaube, er hat es geschafft, aufs Flugzeug hoch zu gehen. Ne, das stimmt nicht. Doch, doch. Der liegt ganz bestimmt auf dem Flugzeug. Ja. Hast du es geschafft? Ja. Ja, dachte ich mir schon. Ich guck jetzt immer dahin und ihr werdet immer von dort kommen. Und außerdem wird es nicht mehr zu Null. Die Runde haben wir uns jetzt geholt, Reto. Jetzt kann alles passieren, was passieren will. Ja, das ist so richtig. Jetzt kann alles passieren, was passieren will. Auf jeden Fall nicht mehr zu Null. Ey. Ich kann dadurch nicht schießen, aber ja. Guten Tag. Ich habe vorhin mal drauf. Du möchtest auch nicht allein gestellt. Machen wir mal selber hier. Auch nicht geil, irgendwie. Weißt du, ob der die Bombe dabei hatte? Das ist eine gute Frage. Reto, hast du die Bombe oder ich? Ich glaube, ich gehe mal kurz davor. Ich habe keine Idee. Ist ja auch kacke, irgendwie. Ah. Ich glaube, da hat der die Bombe dabei. Schwieriger. Ich bin mir da aber nicht so ganz so sicher. Und eiskalt hat der auch. Oh, fuck. Oh, was? Der weiß, was ich spiele. Äh, meine Maus! Ist halt ein bisschen schnell, gell. Hab ich nichts mehr geraten. Hm. Ich mach mal den Tom noch vor den Reto. Ah, perfekt. Ich stand mit Reto. Gleich gut wie Reto. Ich stehe 2-2, ich stehe 2-5. Besser als Reto. Besser als ich. Kleiner Bum. Oh, nice. Alter Reto. Warum jedes Mal? Warum lässt du mich alleine, Junge? Kann doch nicht. Ja, aber warum? Ja, weil dann er schießt. Ja, warum machst du da was? Oh Mann, er hat mich auch gesehen, Junge. Ist doch voll kackig jetzt. Ja Mann, was soll ich denn jetzt machen, Mann? Ich sitze da hinten in der Ecke und er hat mich auch gesehen. Ich denke mir, okay, komm, rennst du mal ein bisschen hinterher. Nein, er sieht mich. Was soll ich mit der Wimpy auf die Entfernung machen? Das geht nicht. Das ist doch alles Arsch. Das ist doch jetzt Arschloch. Ganz korrekt. Ich seh so viel. Fuck. Ah, Jungs, Jungs, Jungs. Da unten war ein Flugzeug bei A. Nein. Das war, oh, kleiner Bunker. Nein. Nice. Ich stand schon komplett nebendran, Junge. Das kann nicht. Dickbum. Egal, ich wüsste, ich steh schon drei Meter nebendran. Das geht halt. Guck, die ist auf deine Richtung fokussiert gewesen. Nicht nach links. Ja, okay. Richtig premium. Ja, okay. Ich halt schon meine Fressen. Ah, schön. Ja, aber hallo. Hallo. Einer ist kleiner Bunker. Ah. Der war B-Spot. Ja, Tom, du bist jetzt kleiner Bunker gewesen. Scheiße. Das geil ist, ich hab halt Tom wirklich nen kleinen Bunker rennen sehen. Nach hinten zum großen Bunker. Und dachte mir, okay, komm, bleibst mal einfach auf A sitzen. Achso, okay. Und dann warst du und bist du gestorben. Und dann hat Reto ja Bombe gehabt. Und dann dachte ich mir, okay, der würde lieber spawnen bei uns rennen. Hm. Ja, und du hast gesagt, der ist zu rennen für uns spawnen. Ich dachte, ah, bei dir er in spawnen. Okay. Dann denk ich mir, warte, was hat das denn gesagt? Ja, du bist dann nämlich zu den in die Richtung von dem Plateau gekommen. Ja. Ich sag, bei uns im spawnen. Er renn Richtung Plateau. Nice. Der war da im Flugzeug, Arsch. Ich im? Am. Piep 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 piep. Nee. Ehrlich? Ja. Nee. 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 Ganz sicher nicht? Ja, ganz sicher nicht. Aber da war immer ein kleiner Bunker. Ja. Oh, kleiner Bunker? Nee. Ja, ja, sicher. Hätte ich jetzt auch gesagt, gell. Ist er jetzt halt mal wirklich nicht so? Ja, ja. Glaubst du mir nicht? Willst du gucken kommen? Ich hab doch eben grad schon geguckt. Warum soll ich denn nochmal gucken kommen? Sicher? Ja. Schade. Oh, Mann. Gigi. Und er sitzt wieder im Gras. Natürlich. Zack. Ich hab nämlich einen kleinen Bunker geguckt, ob du wirklich gucken gehst. Nein, ich hab aus der Höhle raus geguckt. Ich hab halt wirklich, glaub ich, jemand gesehen. Aber... Glaub ich. Glauben ist kein Wissen. Deswegen reicht. Das stimmt. Das stimmt. Stich! Alter Reto. Ah, Reto war da auch. Ah, schade. Bei B. Boah, Tom, hast du mir grad einen mitgegeben? Nützlich nicht. Ah, Reto war da auch. Oh. Das Problem ist, ich hab nicht gezählt. Ich auch nicht. Ich dachte schon, dass Robin das gleichzeitig gemacht hat. Schade. Da hab ich deinen Kopf noch vorbei rennen sehen, Junge. Schade. Boah, Junge, so geht es nicht. Ich wollte sogar grad anfangen, gell? Ne, 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 warte mal. Schade. Weil ich dachte nämlich, weil ich hab die Granate oben auf dem Plateau noch gehört. Da hab ich mir gedacht, okay, entweder er kommt von hinten, oder kommt der Zadang gelaufen. Eins von beiden. Ich dachte mir so, alles klar, du guckst jetzt halt Plateau. War dem halt nicht so. Ja, war dem halt so nicht, ja. Sorry, nice. Boah, das ist jetzt doch mal ne Alter Reto. Ja, Alter Reto. Ich doch auch irgendwann mal. Ich bin in dem Spiel nicht gut, hab ich doch schon lange gesagt. Hinter mir. Nein. 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 Warum rennst du auch jedes Mal rein, Reto? Lass die doch mal reinlaufen. Wir müssen planten, Junge. Nein, nein, nein. Oh Mann. Nein. Nein. Soll ich mich mal rein und f間. Soll ich mal, soll ich mal. Ah doch, komm, hier so. Ne, Reto. Wieder beide mit Eiskalt. Kleiner Bunker. Ja? Machen wir hier Villager-Cosplay. Awww. Im Adrien, in Adrien, in der Hülle. Mittleres Teil. Nein! Das kann ich! Ich hasse Zielen, ich schwör's dir. Ich bin nicht reingelaufen, ich hab gehockt. Ich hab gehockt. Ich habe. Ich habe sitzen, genau. Ich habe schlafen. Ich habe schlafen manchmal. Aber nur manchmal. 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 Oh! Gefangen! Ne, nicht gefangen. Ich glaub einen Meter über mir explodiert. Einen Meter über mir explodiert. Hey, Reto. Ja. Ich hab absolut gar nichts mehr gesehen. Ja, Reto auch nicht. Wieso kann ich nicht schießen? Scheiße. Ich hab einfach nur noch weiß. Das Pfeifen war gerade ganz schön laut. Oh Gott. Welchen hol ich mir? Der neben A sitzt oder der, der bei der Turbine liegt? Ich glaub der bei der Turbine liegt. Und der andere war auch bei A. Hallo Reto! Reto! Hinter! Der andere war Tunnel! Ja, das Flugzeug. Hallo? Gerade. Alter, du bist doch nie vorbeigelaufen. Was soll ich denn noch machen? Ja, was denkst du denn? Der ist gerade aus dem Mittel-Tunnel rausgelaufen. Du rennst einfach beim Flugzeug in eine andere Richtung weg. Ich denk mir, Juch, was geht denn da jetzt? Ab Reto, hallo? Da war ich gerade. Ey, aber du bist immer noch besser als beide. Ja, Bruder. Ist ja auch nicht schwierig, wenn man nichts machen muss, außer dir hinterher zu rennen. Und gegen einen zu spielen, ja sorry, Alter. Ich glaub der Kart hat eine andere Richtung als Glück. Ach, Scheiter. Scheiter ist jetzt Scheiße. Ja, das ist jetzt doof. Der hätte mich voll getroffen, ey. Ja, da wurdest du auf der Map markiert, weil du hast keinen Schalldämpfer. Keinen Schalldämpfer? Ja. Wenn man schießt ohne Schalldämpfer, dann wirst du markiert auf der Map. Wait, what? Hat er gerade der Harry auf dich geschossen? Nee. Nee. Ich wusste schon, dass der Harry, ich wusste schon, ich stand oben verdammt nochmal oben drauf. Der Harry stand direkt vor mir, ist literally in mein Gesicht geflogen, so. Hallo. Hallo. Hat mich mal immer so angeguckt und hat sich dann wieder weggedreht. Ja. Cool. Mit dem bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.